meine damen gut aufgepasst das gadget was jetzt kommt das ist speziell für sie vielleicht ist auch der ein oder andere man dabei der sich dafür interessiert wäre natürlich auch mal reizvoll das in erfahrung zu bringen an kathrin hat es schon umgelegt nämlich ihr kuschelkissen boyfriend das ist unser kuschelkissen boyfriend und mit dem habe ich mir schon gemütlich gemacht und das schöne ist er hat keine ansprüche der meckert nicht der schnarcht nicht der wartet schon fertig hier im schlafanzug auf sie liebe damen wenn sie dann ins bett kommt dann will er immer kuscheln immer dann wann sie wollen und das ist das schöne das ist ein kuschelkissen für die einsamen herzen oder vielleicht ist ihr partner gerade unterwegs auf geschäftsreise oder im urlaub oder wo auch immer und dann können sie hier mit ihrem boyfriend kuscheln einfach kopf hier umlegen boyfriend kissen um den hals schnüren und schon kann man loslegen und kuscheln der will die ganze nacht kuscheln das ist doch schön ist doch genau das was wir wollen wollen ich finde es großartig ich bin der meinung das sollte jede frau haben das können sie auch gern zwischen sich und ihren mann legen wenn sie im bett lieben damit sie dann quasi in ruhe gelassen werden sagen danke ich bin schon belegt heute abend dieses kuschelkissen ist aus ein sehr schönes weiches material und dieses hemd was er an hat das ist wirklich geknüpft mit brusttasche und hemd also wenn sie ein augen aufschlag machen sie haben das gefühl sie sind tatsächlich mit ein echtes wesen verbunden hier fehlt natürlich allerdings der herzschlag aber das wird daran gearbeitet dass wir dann der boyfriend mode 2 oder so also ich finde es wirklich eine tolle idee ist natürlich auch meine lustige geschenkidee vielleicht für alle einsamen herzen oder für eine gute freundin oder auch einfach nur nur so ein gag aber ich finde es einfach nur ganz niedlich ich meine für diesen kleinen preis ja das ist wirklich was schönes oder vielleicht auch einfach so als kopfkissen für zu hause ich meine der ist ja auch richtig weich der gute hier und ein gutes bequemes kopfkissen kann man auch mal wenn man sich mittags nach dem nach mittags essen mal hinlegt für mittagsschläfchen auf der couch liegen haben ich meine das ist doch genial der perfekte ersatzmann der ist immer da der ist immer kuschel bereit und natürlich haben wir hier dieses ganz weiche kuschelkissen das ist dann der oberkörper ist natürlich auch waschbar denn das hemd kann ich auch aufknöpfen also ich kann den herren auch ausziehen und dann stecke ich das kurz in die waschmaschine wasche es bei 30 grad und schon riecht er wieder gut ja und das ist alle vor allen dingen ein mann der immer will der will immer also der liegt schon im bett bereit und sagt schatz komm umarme mich und kuscheln nicht also der wird keine widerworte haben davon du sagst es eben also das kuschelkissen boyfriend ist eigentlich ein absolutes muss für alle die alleine sind nicht gerne allein im bett liegen wenn der freund oder der mann mal verreist sein sollte dann haben sie dieses vertraute gefühl sie werden schlafen wie eine rose und ja wer kann eigentlich ohne eben das ist ja das thema falls dann aber doch mal ein traummann in fleisch und blut auftauchen sollte bei ihnen dann liefern wir ihnen hier noch so einen kleinen beutel mit dann verschwindet nämlich der hier einfach in der tasche und ja dann können sie mit dem richtigen mann kuscheln ich finde es einfach nur süß also die idee ist einfach nur goldig gemacht ist natürlich auch mal ein schönes kissen auf reisen wenn sie unterwegs sind und ich meine kann man ja auch ganz klein zusammenfalten das können sie mit ihrem mann bestimmt nicht machen ganz klein zusammenfalten viele männer die oft zusammengefalten werden von ihrer frauen also so ist das nicht also was natürlich ein riesen vorteil ist mit diesem boyfriend er ist nicht eifersüchtig er lässt sich tatsächlich wieder zusammenfalten und in der tasche in der tasche verschwinden wenn dann der leibhaftige da ist und er schnarcht nicht also da haben sie natürlich riesen vorteile das würde bei mir schon ganz anders aussehen an kathrin du hättest keine chance eine haupten zuzumachen vielleicht mit oropax unsere gemeinsame nächte wir fangen damit an dass wir in getrennte schlafzimmer schlafen oder wie gesagt auch die ohrstöpsel im oder das ginge natürlich auch sie können sich jetzt ihr boyfriend kissen für ganz kleines geld bestellen artikelnummer kein problem die blenden wir ihn auch gleich noch ein das ist unser boyfriend kissen ein mann der immer kuscheln will der nie schnarcht und der auch gar keine ansprüche hat den bekommen sie unter der nc 82 72 und der 569 ich finde es ein richtig tolles geschenk auch ja also ich kann es nur empfehlen wenn sie mit richtigen männern nichts mehr zurecht kommen dann so was viel spaß damit so hängt und so Untertitelung des ZDF, 2020